Ich weiß, es gibt da draußen Leute, die mich nicht mögen. Ich weiß, es gibt Leute, die mögen nicht das, was ich tue. Kein Problem. Es ist kein Problem. Ihr braucht mich nicht mögen. Alles cool. Ja, ich lebe damit. Ist alles cool. Ja? Ich weiß, es gibt auch Leute, die beleidigen mich. Auch kein Problem. Schreibt mir auf Instagram. Schreibt mir auf VK und beleidigt mich dort. Alles kein Problem. Ja? Aber beleidigt nicht unschuldige Menschen. Gestern ist eine Sache im Internet eskaliert, die mich heute wirklich sehr sauer macht. Und zwar, es gibt Leute, die machen einen Account auf VK oder Instagram und schreiben meinen Leuten, als wären sie der Freund von irgendeinem Rapper. Und dann beleidigen die meine Leute. Und seit einer Woche wird meine Designerin, die für mich Designs macht, beleidigt. Sehr sogar beleidigt. Ja? Und ich finde das nicht in Ordnung. Ich finde das nicht in Ordnung. Ich bin ein Mann, ich mache Fehler. Ich habe auch schon mal Diana beleidigt. Ich habe meine Eier genommen, meine Eier genommen, auf den Tisch gelegt und habe mich dafür entschuldigt. Ganz einfach. Ganz einfach. Ich mache Fehler. Ich bin ein Mann. Wenn ich Fehler mache, stehe ich wie ein Mann. Wenn ich etwas sage, stehe ich wie ein Mann. Wenn ich einen Weg gehe, dann gehe ich diesen Weg wie ein Mann. Aber wenn ich jemanden beleidige, dann stehe ich dahinter wie ein Mann und entschuldige mich. Wie ein Mann. Und wenn ihr da draußen Internet-Rambus seid und ihr habt solche Eier, dann nehmt diese Eier und steht gerade dafür, was ihr sagt. Denn ihr beleidigt unschuldige Menschen. Ich bin öffentliche Person. Mich könnt ihr beleidigen. Kein Problem. Aber bitte nicht andere Menschen, die im Hintergrund für mich arbeiten. Ja?